Hallo und herzlich willkommen. Heute backe ich einen veganen Apfelkuchen ohne Ei, Butter, Milch und Zucker. Perfekt für kleine Kinder und Allergiker. Als erstes müssen natürlich die Äpfel vorbereitet werden. Uns schmeckt der Kuchen besonders gut, wenn die Apfelstückchen erst einmal vorgebacken werden. Das Ganze hat dann etwas von einem Bratapfelkuchen. Für den Teig eine halbe Vanilleschote auskratzen und das Mark zusammen mit dem Obstmus in eine Schüssel geben. Als nächstes etwas pflanzliche Milch dazugeben sowie ein Teelüpfel Apfelessig. Die feuchten Zutaten müssen dann kurz verquirlt werden. Und dann kommen die trockenen Zutaten dazu, also Mehl, Backpulver, Natron, Mandeln und Gewürze. Alles zusammen soll dann nur noch ganz kurz von der Küchenmaschine verrührt werden. Zum Schluss kommen die vorgebackenen Apfelstückchen dazu. Einfach nur mit dem Teigschaber unterheben. Der Teig reicht insgesamt für eine kleine Springform. Der Kuchen braucht etwa 45 Minuten. Und fertig ist der gesunde Genuss. Das Rezept gibt's wie immer auf unserem Blog backenmachglücklich.de und fertig ist der Kuchen. Und fertig ist der Kuchen.